ja gut leute willkommen zum heutigen video eine probefahrt auf der neuen ktm duke 125 baujahr 2017 neu preis 5.2 mit akrapovic slip on die maschine hat euro 4 sprich die ist nicht wirklich laut aber schaut mega geil aus alle derz gilt ich dachte fährt eins unserer motorräder safe um gut gefallen tun wir auf jeden fall an der maschine die mezzala m5 also das sind richtig richtig gute reifen die beste 125er erstausstatter serie wie auch immer also die besten reifen standard bietet ktm finde ich sehr positiv sehr löblich für ein anfänger weil der weiß ja nicht unbedingt welche reifen gut sind verbaut sind kurzer sack von r und g ng oder wie auch immer man es ausspricht lenker in spiegel für 20 euro und hast sonst noch was dran gemacht das tankpad ist auch relativ fancy ktm duke steht drauf schlüssel ist cool das display ist auch mega geil es schaut aus wie so ein tablet da habt ihr enorm viel dran zu verstellen und so weiter und so fort also ja chip eins was auch immer das musst du kurz erklären also wir haben hier den set button können hier dann dementsprechend unsere ganzen favoriten einstellen wenn wir jetzt auf den set button gehen sehen wir halt verschiedene reiter optional kann man sich hier noch ein ktm myride kit kaufen heißt es da kann man jetzt zum beispiel musik darüber abspielen über diesen kleinen bordcomputer hier kostet 80 euro und kann es das motorrad zum beispiel auch mit seinem handy koppeln per bluetooth und zum beispiel auch anrufe annehmen oder so das geht alles dann mit der set taste und mit der zurück taste lehnt ihr das ab hier haben wir halt die ganze info zum motorrad trip 1 trip 2 zum zurücksetzen und so motorrad hier können wir unser abs ausstellen bei optionen können wir unsere favoriten auslegen festlegen was wir in der schnellauswahl haben wollen und so weiter und so fort und in den einstellungen gibt es ja die ganzen sachen wie uhrzeit datum tagförig kann man einstellen und was auch ganz nice hier sieht man wann der nächste service ansteht das ist eigentlich auch ein ganz interessiert die serviceintervalle sind riesig also in riesigen abständen 6708 kilometer es macht ein serviceintervall von allen 8000 kilometer ungefähr oder das led licht seht ihr vorne also die schaut mega geil aus wie die super duke mega unterm sitz ist sicherlich auch noch platz ich weiß nicht wie das geht das müsstest du machen ja unterm sitz ist natürlich viel platz und was auch noch ein negativer punkt ist der assiste richtig schwer wieder drauf ok bortwerkzeug serie ist schon mal nicht schlecht ja sollte nur einen eindruck vermitteln t shirt ist da bequem scheint er gut abs hast du auch das probiere ich auch irgendwo aus aber erst am ende der probefahrt mal sehen ob ktm sich gebessert hat mit dem abs die ktm die ich gefahren bin war es gut ja der hat ein stoppie gemacht in der luft mal auf der landstraße unten neckartalstraße wie man sich entschieden hat kurz links rein zu gehen aber abgewogen und dann erst geblinkt von 100 runter zwei autos fahren auf der so in der luft ich fast auf ihn drauf der hinter mir passt auch nicht drauf und das hat euch schon gut runter gerichtet ok also nichts blockiert worden und nicht aufgestellt hast dich aufgestellt hast dich aufgestellt hast dich aufgestellt nein dann ist sehr gut abs probiere ich aber noch aus jamaher und so hatte ich üble probleme mit dem abs system dachte ich mir heilige scheiße was trauen die anfängern zu selbst profis sagen bei dem abs ist das echt kritisch zu bewerten ist dass man echt kein vertrauen in das bike hat wenn es schlimmes abs hat was du noch eventuell sagen kannst ist sie ist sehr anfällig für kratzer und den ganzen scheiß wegen dem schwarzen lack und sowas wer sich die holt soll sie auch ein bisschen lust haben zu pflegen ok so leute ihr habt es gehört sie ist anfällig sie ist schwarz also anfällig für kratzer sie ist anfällig kann alles heißen sie ist anfällig für kratzer weil sie schwarz ist wer sie sich holt muss sie pflegen dann schaut sie aber auch mega aus er hat sie poliert schaut mega sauber aus wenn man sich mein bike anschaut komplett schwarze felgen nach einer woche nicht waschen top gepflegtes bike wie groß bist du 1,83 oder so setz dich mal drauf dass ich den kniewinkel zeig winkel mal dein linkes bein an also auf die fußraste so leute ihr habt hier ihr habt hier echt gut platz und er kommt mega gut auf den boden ja das ist sehr gut gefällt mir auf jeden fall und der schön schön schmal im vorderen bereich dass auch kleinere leute super mit dem bein runter kommen alle Untertitelung des ZDF für funk, 2017